Hallo? Ah, was ist die? Mist. Ja, die geht auch schon ein bisschen ab. Toll, in dem Moment. Die hat das aber auch drauf, manchmal. Na komm, zeig dich. Hallo, ich hab doch genau in dem Moment doch dahin geschlagen. Das ist verkehrt der Richtung. Okay. So, muss man das nehmen hier? Ja, nee, ist klar. So, weg. Alter. Hallo? Ei, gehen die ab. Die gehen echt ab. Was? Kommen wir jetzt endlich mal her. Nervt mich nicht. So, ist das denn der Fall nachgespawnt eigentlich? Ja. Der Wüzy, 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 Bauten. Mit Treppen. Mit Treppen. Ach du kleiner, kleiner Feigling. Digga, geh mal aus dem Weg. Ich seh mich nicht. Guck mal, wie schnell der da drauf reagieren kann. So. Und halt so. Ach, schon gesichert? Das war alles? Ach, das sind doch wir als Wikinger, oder nicht? Jedenfalls war Stimme her. Schützen. Vergesst den Befehl. Wir haben Dringenderes zu tun. Apollyon gab ihm den Palast. Es erfordert mehr als einen Palast, um über uns zu herrschen. Wir stoßen den Emporkömmling vom kaiserlichen Thron. Hm, sie will um den Kaisern werden. Bisschen seltsam. Hm, das verwundert mich so ein bisschen. Oh, oh, oh. Wieder kein Level ab. Ich wollte noch gerne euch das... Innerhalb eines Monats führte Ayu ihre vereinte Armee vor den Palast des Kaisers. Nun waren nur noch zwei Daimyo übrig. Sie und Seijuro. Dieser Orochi aber würde den Lauf der Geschichte bestimmen. Das werden wir ja sehen. Und bei der 3,5er müssen wir wahrscheinlich den Dicken haben wieder. Wir haben immer einmal den Dicken mit dabei. Immer einmal. Mal schauen, was kommt. Der kaiserliche Palast. Eine Festung innerhalb einer Festung. Seijuro, unser Volk blutet. Leg die Waffen nieder! Dann beendet den Krieg und kniecht vor mir. Seijuro würde nicht aufgeben. Und er hatte starke Krieger an seiner Seite. Doch wir waren in der Überzahl. Wir brauchten nur einen Weg hinein. Das schaffen wir. Ich war seit drei Jahren nicht im Palast gewesen. Das schaffen wir trotzdem. Nicht seitdem der Kaiser mich verhaften ließ. Seijuro hatte mein Angebot angenommen. Ich gab ihm den Palast. Und mindestens 50 der Papierwände. Kein Hindernis für Stahl. Ah! Ich höre sie du aus, Liga. Der macht ganz viel Schaden. Der Macker. Hallo, 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 hallo. Boah! Was macht er denn für einen Abnorm einen Schaden? Gottes Willen. So werde ich mal ein bisschen Schaden auf. Ich höre sie. Ich höre sie auch. Was ist das denn? Angst in Person. Verringert Ausorganisation und Verteidigung. Okay. Okay. Da sind ja auch nochmal Wände, aber so. Das war der Raum. Okay, gut. Wir kommen eigentlich gegen die Kämpfen. Was passiert, wenn wir gegen die kämpfen? Kommt mit. Nur die entschlossensten Krieger waren Seijukos Ruf geführt. Oh, 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 oh. Sie waren bereit, auf seinen Befehl hin, für ihren Kriegsherrn zu sterben. Das ist er. Der Preis der Einheit. Okay, das war wahrscheinlich ein Fehler. Du überlebst du morgen wieder, Dublin? Alter, alter. So, treffe ich den auch mal? Ich höre sie. Hä? Guck mal, wenn ich das mache, dann mache ich den Kack, genau. Und dann fängt er an, hier, sowas irgendwie zu machen. Oh, Mann. Jakku springt. Alter Schwede, ey. Ey, komm, willst du mich verkack eiern? Ich will sie auch mal gegen die Kämpfen. Na genau, zeig's dem mal. Zeig's dem mal, was du drauf hast, Mädel. Zeig dem mal, komm. Das geht auch mal ab, ey. Guck mal, wie sie alle stehen. Das ist alles Starke? Ja, Mann, hier alles klappt, ey. Das war's. Das ist alles. Ich habe mich. Ist je früher der Grund? Ich höre, Sejuho ist früher. Ich höre, Seju. Ich höre, Seju. Toll. Oh genau, so was weg. Ist gut. So. Da oben ist da noch einer. Ich hatte in Seijiros Augen gesehen. Er machte keinen Hehl aus seinem Anspruch zu herrschen. Die anderen Daimyo hatten dies als Schwäche gesehen. So, einmal ein paar Sandy anschließen hier. Ist eigentlich wichtig. So. Energie wird aufgeladen. Wir gucken mal hier längs. Ich höre, Sejuho ist früher. Ich höre, Seju. Hallo? Hallo? Die sind ganz schön krisse Samurai irgendwie hier. So, weg mit dir. Da ist schon wieder was im Gucken. Die Stadt der Samurai thront auf einer Hochebene, umgeben von Wald. Sie ist eine der sichersten... Sejuho hatte die besten Krieger um sich gescharrt. Wir würden diese Stärke brauchen. Ey, wir haben doch voll schon welche weggemacht. Oh ne, nicht der. Kommst du mal... Darf ich allein gegen ihn kämpfen? Ist doch nicht ja super. Ja. 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 Ich höre, Sejuho ist Krieger. Ich höre, Sejuho ist Krieger. Ich höre, Sejuho ist Krieger. Ja. Auf geht's. Ja. Ja, er ist vor Ort. Und jetzt erwärmt. Ja, wir haben uns... Ja? Ja. 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 Das Sonnenimperium erstreckt sich bis weit in den Osten. Muss ich jetzt hier runterspringen? Seine Hauptstadt liegt hier.